Leute, meine kleinen Meister, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute, heute spielen wir was anderes, denn heute spielen wir Lockdown Protocol. In diesem Spiel ist es wie Amorgas, das heißt, wir sind ein paar lustige Charaktere, die Hände hochheben können und so, und Aufgaben machen müssen und müssen herausfinden, wer der Imposter ist, meine Damen und Herren. Wir haben das gespielt mit mehreren YouTubern, schaut rein, es ist todeslustig geworden, Freunde, schaut es bis zum Ende an, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ich würde mal sagen, wir starten rein. Ich bin Employee, ich bin auch Employee, ich bin auch Employee, ich bin Employee, was machen wir? Ich mach Delivery, ciao. Wer nicht Delivery macht, ist ehrenlos. Ich muss Kameraraum, okay, Freunde, wir müssen jetzt zum Kameraraum, ich mach jetzt Pakete, wir sind Employee, Employee sind Unschuldige, so ein Ding ist das nämlich, und wir haben einen Mörder, der uns hier auseinander nimmt. Wer kann das sein, das ist die Frage. Hallo? Hallo? Warum hast du, warum hast du ne Waffe? Die lag hier, die lag genau hier, die lag genau hier, guck mal, aber der hat keinen, der hat keinen Schuss. Wie, die hat keinen Schuss? Ein Weapon Ammo Zero, der hat keinen Revolver. Aha, okay, guck mal. Ich mach hier mein Paket rein. Okay. Du siehst, ich bin unschuldig. Delivery. Okay, aber können das auch die Mörder machen, einfach so? Ja, das können die Mörder auch machen, glaub ich. Okay, hier ist die Kameras, wir können, wir können Leute angucken, guck mal. Oh, okay, 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 wo sind die Jungs? Okay, wir gehen mal kurz zur Storage. Oh, da, da ist jemand. Oh, da sehen wir jemanden. Ja. Hellblau. Guck mal, links, eine Ecke da. Es ist hellblau. Er chillt da, er chillt da, er chillt da. Ja, ja, ja. Okay, wir, warte, wir müssen mal. Okay, das ist bei Medical, da ist nix. Weiter. Doch, doch! Weiß war grad da. Krass, krass. Kann du grad reden, ich hör' nicht, ich hör' nicht, hast du gemuted? Oh, ups, ja, hallo. Ah, jetzt, jetzt hör' ich den wieder. Okay. Ich hab' ich gar nicht gehört. Das, äh, guck mal, ich mach Delivery weiter, ich hab' schon eins. Delivery, ja, okay, ich red' auch mal zur Delivery. Hier, hier steht einer, hier steht einer, hier ist einer rein. Ey! Oh. Ey! Oh, warum, oh, hä? Er ist um die Hörge gelaufen und hat oh gesagt. Okay, warte mal, hier ist, äh, zu Blumenfabrik. Da sind Blumen, okay. Wie geht's zu den Blumen, Freunde? Ich bin echt mal gespannt, wer es ist. Ein Paket ist... Ein Paket ist... Zwei und Filz. Ey, Jose, Mann, was machst du hier, Bro? Ey, ich hab' Paket abgegeben grad, Bro! Ey, Maschine, mach weiter so! Ey, bist du? Bist du? Hä? Weiß bin ich. Ich hab' dich in den Kameras beobachtet. Äh... Bist du? Ja, ich hab... Ich bin... Bist du's? Ich bin ein Warners. Ah, ah, okay, okay. Ach so, ja, okay. Falls du das fragen würdest. Hau rein, ja? Äh, hau rein, hau rein. So, noch ein Paket. Hier ist ein Paket. Äh... Paket, Paket sind oder her? Stani ist gestorben. Äh, wie Stani ist gestorben? Äh, wie Stani ist gestorben? Ja, der ist an der Explosion an einer Dings, äh... Raub gegangen. An der Expl... Beim, äh... Maschinenraum. Explosion? Oh, nee. Okay, man kann jetzt mal nicht rein. Hallo? Amazon, ihre Bestellung! Ich hatte Pistole ge... Ey, was, 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 wo musst du hinliefern? Äh, hier, hier. In... Hierher irgendwo. Aber ich... Hier ist das Symbol nicht nirgends. Warte, hier, hier. Wie viele Aufgaben wir schon? Drei, vier... Äh... Guck mal, du hättest mich schon achtmal killen können. Ich vertraue dir, ja? Ja, 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 wir machen ganz ruhigen hier. Wir sind, wir sind ein Team. Okay, du musst das aufmachen. Okay, perfekt. Ich muss das Leben regenerieren, weil ich hab richtig viel damage bekommen von dieser Maschine. Oh, 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 oh. Äh! Der ist da! Äh! Ja! Der ist da! Der findet man doch! Hä? Warte, warte. Egal, egal. Wer? Der ist an der Maschine gestorben. Ja. Ey, wir haben Delivery gleich. Gleich, glaub ich. Ja. Ey, wir brauchen noch Delivery. Wir brauchen noch Pakete, wo sind die... Ich hab... Ich hab... Ich muss Pizza rauben. Okay. Komm mit mir, komm mit mir. Trillan, komm mit mir. Ne, ich weiß nicht, weil ich muss ganz kurz hier was umstellen. Hier ist Pizza! Doch, ich hab, ich hab, ich hab... Okay, sehr gut, sehr gut. Geliefert, okay. Ich hab geliefert. Amir? Wie kann... Wie kann ich das ändern? Was kannst du ändern? Ah, hier. Okay, okay, ich muss kurz ein bisschen Einstellung ändern. Ey! Warte mal! Warum hast du schon wieder eine andere Waffe? Ey! Hä? Warum hast du schon wieder eine Waffe? Ey! Amir! Amir! Kannst du euch vertrauen! Das kannst du haben! Dir vertraue ich! Warum hast du... Ich hab jetzt keine Waffe mehr! Warum hast du alle Waffen? Hä? Ich hab dir auch immer gejobbt gehabt! Okay, besser ist es! Ich bin jetzt... Ich... Ich bin jetzt der Sheriff! Du weißt ganz genau, ich hab Aufgaben gemacht! Ich bin jetzt der Sheriff! Ja, ja, das... Du hast recht, du hast recht! Okay! Man muss sie wegpacken, wenn man kann jetzt öffnen, oder was? Ja! Bleib mal kurz stehen! Hä? Oh, schon wieder! Ja! Wenn ich mal um... Ey! Was soll das? Amir! Ich hab... Der! Was soll das? Also, warum hat der dich jetzt gestochen? Amir! Warum hat der dich gestochen? Das war nicht Amir, das war Dave Knight, oder? Guck mal, hier ist Dave Knight! Dave Knight hat gerade Triton gestochen! Wo ist der? Was soll das denn? Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Hörte den, Junge! Was soll das? Hörte den, Junge! Hörte den! Hörte den! Was soll das? Ähm... Der hat's verdient, Odoman! Ähm... Ich muss da ein bisschen auf die Stolpen klarkommen! So, jetzt Tablet öffnen! So! Ey, wir haben jetzt die Task durch! Wir haben jetzt die Task durch! Okay, 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 geil! Geil, 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 geil! Weiter, weiter, weiter! Lass du Pressure! Lass du Pressure! Okay, okay! Wo ist Pressure? Wo ist Pressure? Wie kalt, dass die da... Lachen! Warte mal! Die haben sich grad... Die haben grad gelacht! Wir müssen voten! Wir müssen voten! Voting einberufen! Guck mal! Schmeiß alle eure Waffen weg! Alle eure Waffen weg! Ich hab keine Waffe! Warte! Ich hab gar nichts! Geld weg! Geld weg! Geld weg! Nein, wegschme... Er hat zwei Waffen sogar! Okay! Hey, wo ist die andere Waffe? Du hab die andere Waffe! Acht doch! Nein, dort wird es Schockgarten! Er hat doch eine Schockgarten! Er hat doch eine Schockgarten! Guck mal! Warte! Warte! Warte mal ganz kurz! Lass mich kurz sagen, was ich gesehen hab! Also! Guck mal! Dave Knight hat Tridan einen Stich gegeben! Und Tridan hat dann Dave Knight gekillt! Ja, natürlich! Verständlich! Und! Und! Was auch noch ist! Aber Tridan ist es nicht! Weil er hat einfach gerade beraten! Er hat 20 HP! Guck mal! Das Ding ist! Er hätte... Wir sind auch die ganze Zeit zusammengelaufen! Er hätte mich auch killen können! Aber! Da er aber diese Waffe hat! Guck mal! Ich glaube diese Waffe! Ist die... Ist die Mörderwaffe! Nein! Sie hab ich gefunden! Ich kann euch genau zeigen wo! Ja? Okay! Okay! Ich pack sie weg! Ich pack sie weg! Ich bin safe! Warte mal! Nein! Bessere Sache! Dann schieß doch die Munition leer! Wenn du dich nicht brauchst! Ist so! Schieß die Munition einfach leer! Ja okay! War das alle? War das alle? Bro! Okay! Null Rap Memo! Also einer von uns ist hier! Ey! Wir müssen! Ich sag euch! Wir müssen! Ja okay! Ich mach jetzt alleine Pressure! Ist mir egal! Die Jungs nerven mich! Ich weiß nicht wer es ist! Vielleicht hat der Mörder sich auch selbst gekillt! Warte mal! Warte mal! Jungs! Warte mal! Warte mal! Was ist? Ey Amir warte mal! Was ist wenn Stunny sich selbst gekillt hat? Ich wollt grad Pressure machen! Und er der Mörder ist! Und er der Mörder war! Das wär lustig! Das wär schon lustig! Ja dann haben wir jetzt noch Pressure! Dann haben wir gewonnen! Mhm! Oder? Warte mal! Warte mal! Hier noch aktivieren! Hast du aktiviert? Stunny ist doch nicht gestorben! Nicht dass wir auch noch nicht sterben! Oh! Jungs! Jungs! Es hat uns komplett auseinanderge... Ey! 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 Du bist es! Du bist es! Nein! Ich hab's nicht! Ich hab's nicht! Nein! Aber wenn du es nicht bist! Und ich will's nicht! Die sind alle zusammengegangen weil ihr die falschen Container hingepackt haben! Stunny war's! Stunny war's! Ja ja! Stunny war's! 100%! Okay weg! Ich wär weg! Ich geh auf vor mich! Geld! Nein! 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 Welches Geld! Ich weiß nicht! Okay mach blau... Rot! Rot! Nichts anderes bitte! Gelb-Rot-Rot! Ich schwör! Und noch mal Rot, aber wo ist Rot? Die müssen noch mal einen Container holen! Boah, ich glaub, das eine ist schon fertig, aber guck mal, die Seite ist ja nicht explodiert! Du musst das gleiche nachmachen! Ja, aber ne! Wo ist denn dieser rote Container? Lager, Lager, Lager! Lager ist hier! Die checken gar nix, Digga, das ist so geil! Die checken einfach nix! Die Deck ist immer noch ein Killer! Was machen wir jetzt? Die krasse ist, wir müssen jetzt gerade noch gegen die Zeit gewinnen, weil ich glaube, der Mörder ist hier mit down gegangen! Hm, okay, warte! Ich drück einmal, ich drück einmal, dann sagst du, ob irgendwas blinkt, dann mach ich direkt wieder aus! Okay, 3, 2, 1! Es blinkt nix! Alles gut! Wir müssen das letzte reinmachen! Wir müssen das letzte reinmachen! Digga! Die hören uns nicht! Mach mal rein! Warte! Ja, warte! Mach doch jetzt hier! Nein, die gehen raus! Digga! Nein! Nehmt euch um! Teilen sich jetzt auf, Digga, ich glaub's nicht! Bro, ich ruf den jetzt auf WhatsApp an! Ja, ruf mal echt an! Sag mal! Bro, es ist in dem Raum, ihr habt es hinter die Wand getan! Mann, bitte mach das fertig! Oh, okay, sorry! Okay, sorry! Jaaa! Geil! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Ey, die werden so explodieren jetzt! War das denn richtig? Die werden jetzt so platzen! Wenn du sagst, wenn irgendwas blinkt, sagst du! Es blinkt nix! Es blinkt nix! Es blinkt nix! Er startet! Er startet! Stopp! Blink, blink! Stopp! Okay, wer hier hat geblunken? Nur link! Geblunken! Geblunken! Ja! Mit einer anderen Handel! Da muss ja rein! Da muss rot! Jetzt check mir die endlich! Lass jetzt echt wieder blinken! Ja! Blink, blink! Boom! Alles gut! Alles gut! Halt's ab! Nein! Blink! Stopp! Oh mein Gott! Die drei! Die drei! Da steht noch drei drauf! Wir müssen noch drei drauf! Wir müssen noch drei drauf! Wir müssen noch drei drauf! Ja, das ist eins, zwei, ein... Ne, aber andere Seite ist nicht eins, zwei, drei! Zwei, zwei, eins, drei! Zwei, zwei, eins, drei! Zwei, zwei, eins, drei! Die drei haben rot geblinkt! Wir checken das aber nicht! Welcher war jetzt wo? Du hast direkt nicht rumgemacht, ne? So? Ja. Ist wieder falsch. Ja lass die sollen hochgehen, die sollen hochgehen. Die sollen hochgehen, ja was? Die sollen hochgehen, ja was? Ja, guck mal, der. Das hatten wir schon. Ja okay, dann tauschen wir jetzt den mit den. Okay, mach. Und? Okay, clean, blinkt nichts. Blinkt nichts. Stopp! Nein! Es war knapp! Die checken es nicht. 2, 1, 3. Ja, die checken es nicht. Guck dir, guck ich es dir selber an. Aber es ist 2, 1. Bumm! Geil! Jungs! Tridan war es. Ich hab's gesagt. Ich hab's gehauen. Ich hab's gewonnen. Ich hab's gesagt. Wir haben's zu Tridan-Bass. Du, siehst du Tridan-Bass. Wer hat den Mörder gesagt? Tridan-Bass. Tridan-Bass. Du warst Kauen? Nein, ich hab den hochgejagt. Ich hab den hochgejagt. Du hast dich alle hochgejagt. Sehr gut, Armin, ja. Ja, ich hab den hochgejagt. Ja, ich hab den hochgejagt. Ja! Bin nix! Da sind wir wieder! Ja, ja! Was haben wir für Tasks? Ich bin der Computer, der Gare! Ich mach Scanner! Ich mach Scanner! Ich mach Scanner! Ich mach Pizushi, Junge! Ja, dann muss ich das mit dir machen, komm mit. Nein, ich will nicht mit dir machen. Spaß, komm mit, lass es machen. Geh mal weg, dann geh weg. Warum hast du eine Waffe direkt am Anfang, Stani? Wie lag das? Oh, danke. Ey, die hat null Emmo. Ey, wir müssen in die andere Richtung, komm mal mit. Ach so, Pitsushi, komm mit. Aber ist der Bärder, oder Bärder? Ja, klar, natürlich. Oh, okay, ich muss der Bärder. Ey, wer ist der Scanner? Der ist hier. Ey, ich? Ich brauch dich. Okay, ich komm. Komm her. Ich komm. Nein, okay, du bist Mörder. Also ich kenne dich mittlerweile so lange, du bist Mörder. Warum? Du, wie du es gesagt hast, du bist Mörder. Nein, hier nimm alles. Ich hab sogar hier, guck, eine Pumpgun. Hier nimm. Okay, ich glaub, ich hab's bei dir. Okay, wo muss ich hin? Äh, der Zilke, du musst jetzt hier reingehen, und ich zeig, ich zeig mal mit dem Finger. An die Wand. Du musst in diese vier Kreise rein. Hier, du denkst in die Mitte. Ja. Trag jetzt mir den Finger. Links, 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 links. Oh, okay. Boah, wir sind wild. Wohin? Geh raus, wer bist du? Geh weg, hier ist kein Reis. Ey, sehen wir aus dem Supermarkt? Hier gibt's kein Reis. Piss dich. Wir spielen gerade unsere schönen Spielchen. Wohin? Geh nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, weiter nach oben. Noch mehr. Jetzt nach links. Okay. Okay. Ey, Bro. Wohin? Ey, die Kette, doch nicht hoch, ganz, doch nicht hoch, ganz, 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 Geh runter. Runter, runter, runter. Was machst du mit ihm? Wir machen eine Aufgabe. Geh jetzt links. Runter. Bisschen nur, bitte runter, rechts, rechts, rechts. Runter. Haben wir es? Per, ah? Perfekt. Okay, noch einen. Jetzt finden wir nochmal genau dasselbe. Ah, Männer, wohin? Nach rechts. Rechts. Weiter hoch, rechts. Bisschen nur. Bisschen, bisschen mehr, bisschen mehr. Bisschen mehr, bisschen mehr. Bisschen mehr, bisschen mehr. Bisschen mehr, bisschen mehr, bisschen mehr. Bisschen mehr, bisschen mehr, hoch, hoch, hoch. Nein, stopp. Okay. Wir sind G's, Digga. Wow, wir sind die motherfucking G's, Bro. Wir sind beide. Ich liebe dich. Lass uns. Damit du nicht. Lass uns rummachen. Damit du siehst, dass ich nicht lüge. Scanner, guckst du cool. Ja. Du bist eine Maschine. Und ich habe dir geholfen, weil ich bin dein Brä. Bro, wir sind beide so safe. Okay, warte, gib mir den, gib mir den. Wegen Dings. Falls wir jemanden für uns abstrehen. Einiges gebrochen. Okay. Okay, Computers. Computers, okay. Let's go. Lass uns gucken, ob wer hier an ist. Waiting for Files in Office 5. Okay, ich geh, warte. Dann bleib, ey, warte, Milkan, dann bleib ich hier. Geh dann. Ey, dann warte ich, ich warte hier, dann geh du Office 5. Ja, okay. Okay, jalla. Okay. Ey, hier ist keiner, geh weg, okay? Hä, da schreit jemand. Ich bleib bei meiner Aufgabe. Ich darf Milkan nicht dingsen. Mein Brä. Okay, Waiting for Files. Wo ist Milkan? Ey. Ja. Brexit sucht dich. Brexit sucht dich. Ey, wo ist er denn? Oh, warte, äh, yes. Ich mach Files, geht weg. Geh weg, geh weg. Das hat, wer... Hä? Hey, normal. Ja. Hast du bekommen? Ich hab bekommen, guck, ich hab Ja gedrückt. Was ist los? Files success. Geh wieder, geh wieder, geh wieder rüber. Ja, ja, ich hab Reiz gesucht. Hast du's gefunden? Nein, hab ich nicht. Ey, Tridan ist wieder. Tridan ist wieder Mörder. Ja, er sucht nix. Er labert nur. Hä, ich hab grad mit Armin diese Computeraufgabe gemacht. Du kannst die fragen. Okay, okay, okay. Ich glaub hier. Danke, du hast Reiz gesucht. Ja, ja, ich hab Reiz nicht gefunden, aber ich hab Armin mich gerufen. Okay, success. Da bin ich zu ihm gegangen. Äh, Stani ist ein bisschen sus, Bro. Ey, bewegt sich gar nicht. Mach die ganze Zeit keine Aufgaben, nichts. Wie? Wie ist er denn? Stopp. Wo, Stani? Okay. Oh, du Mann. Was willst du? Du bist Mörder. Hey. Oh, du Mann. Geh weg, ich stich dich. Oh. Oh, du Mann. Geh weg, ich stich dich ab. Wir machen weg, oder? Geh weg, ich stich dich ab. Hey. Oh, du Mann sagt, er stich mich ab. Oh, du Mann sagt, er stich mich ab. Stopp. Ey, ey. Mir kann kein Beweis, dass ich unschuldig bin. Ey, ich schwöre, ich hab... Ich bin's nicht. Mach die Shotgun weg. Warte kurz, ich hab der Preis gefunden. Okay. Oh, nice. Okay, das Ding ist... Ey, Jungs, ganz kurz, ich will mal was einberufen. Oh, du Mann meint, er stecht mich ab. Ich stech auch, wenn es sein muss. Ey, warte auf mich. Ey, ja, die Shotgun. Die ist leer, bro. Die ist leer, bro. Die ist leer, so dumm. So, right, right. Okay, wir müssen Pizushi machen, Jungs. Okay, wir müssen Reiz suchen. Ja, mach grad, Dussi. Komm, mach Dussi. Warte mal. Ey, was brauchen wir noch, bro? Some wise. Some wise. Oh! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hilfe, Stadion! Was? Stadion, wir haben hier, Stadion, wir haben hier. Hände hoch! Hände hoch, Stadion! Ich bin es nicht. Hände hoch! Ich bin es nicht. Hände hoch, wir haben... Ey, lass es falsch. Lass es falsch. Amir geschossen. Lass fallen. Ja, weil Amir mich angegriffen hat. Ist Amir tot? Wo ist er? Nee. Ich lebe! Amir! Amir hat mich angegriffen. Stadion hat uns bedroht. Er wollte Trilo mich abschießen. Das kann ich bezogen. Okay, wartet kurz. Wir müssen Mirkan holen. Mirkan! Komm, Voting, Voting, komm. Voting. Komm. Rory, das ist doch gar nichts gemacht. Ey! Wir müssen einen rauswoten. Wir müssen einen rauswoten. So, Reis. Sie kochen da einfach die ganze Zeit. Ich mach raus. Reis, wir raus. Guck mal, Stadion drückt da nur rum. Reis? Wer war's? Er drückt da echt nur rum. Er hat nicht. Was ist denn da? Wir müssen so einen Rücken machen. Ah, Bombe! Jungs! Das! Jungs! Ich muss sagen, gib Stadion und mir eine Waffe. Wir werden das in One-Water klären. Okay, hier. Hier. Und Stadion hier. Jeder von euch hat einen Schlüssel. Und die Waffe. Und die Schwampe. Hier, hinter dir. Hinter dir. Okay, Jungs. Es geht um Leben und Tod. Wenn ich bis drei von drei runterzähle, geht's los. Drei, zwei, eins, los. Attacke! Attacke! Oh, komm! Oh! Haut euch! Komm her! Komm her! Stadion bleibt einfach stehen. Oh! 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 Hey! Nimm! Lauf, Abhi! Oh! Yo! Wow! Stadion hat Armin gekillt. Armin ist down, Alter! Der Loser! Stadion hat gewonnen. Armin ist plattgebracht worden. Okay, aber kurze Frage, Stadion. Was für Task hast du schon gemacht? Mir war das gar nicht. Okay, warte mal. Welche Aufgaben hast du gemacht, Stadion? Hä? Äh, doch gar keine, Bro. Wieso? Wieso hast du noch keine Aufgabe gemacht? Weil ich beobachtet habe. Aha, und was hast du beobachtet? Aber was hast du beobachtet? Es ist Odemann, oder? Hab ich recht? Was willst du jetzt? Hey! Boah, ich glaube, es ist wieder hier. Hey, Bro. Ich bin doch unschuldig. Ja, aber warum hast du ihn? Guck mal, Stadion, weißt du was? Ich vertraue dir. Ich vertraue dir noch nicht. Ich vertraue dir nicht. Ich vertraue dir nicht. Ich vertraue dir nicht. Es ist Trida. Es ist Trida. Es ist Trida. Nein! Ach! Nee! Es ist einfach Trida. Warum hat der mich jetzt nicht gebt? Ihr isst euch gerade alle gegenseitig auf, ne? Hä? Kommt mir, kommt nicht nach. Aber guck mal, du wisst es nicht. Rotomann und ich haben vier Aufgaben zusammen gemacht. Ich hab eine gemacht. Es ist Trani. Stani hat nicht eine Aufgabe gemacht. Ey, ich hab mit Armin. Okay, Trida. Trida, Trida, Trida gemacht. Damit ich dich glaub, trid mit deinen Revolver. Trida, trid mit deinen Revolver. Ja, okay, okay. Trida, trid mit deinen Revolver. 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 Ja, okay, okay. Äh, auf Q, ne? Oh! Nein! Stani, ihr Lieben! Jaaa! Ey, warte mal. Was soll ich da denn tun? Aber er muss ja auch drauf machen. Ich wollte gerade sagen, wir haben verloren, weil Stani die Aufgaben nicht kennt. Er schafft sich. Hallo! Er schafft sich. Hallo! Er sagt Hallo! Hallo! Ich hab mir keine Ahnung, was die Wachtung wollen. Guck mal, er weiß nicht, was er machen soll. Hallo! Hallo! ich habe recht versteckt es gibt unterschiedlichen reis er braucht braun reis ich habe nicht getan was ich machen soll